Nicht der auffälligste bei Paderborn auf dem Platz. Jetzt schauen wir mal auf Pauli. Ziegler zittert sich da noch ein zurecht. Bartels Ecke. Wir haben nur drei Spiele verloren hier. Saison zu Hause! Der Schauder haut ihn rein! Philipp Schauder, der Keeper zum 2-2. Pauli, der Keeper steht Kopf. Richtig Glück gehabt eben, dass er nicht das dritte Gegentor kassiert. Völlig frei im 5-Meter-Raum. Kruse kommt da nicht raus. Vielleicht zu überrascht, dass der Schauder da vorne auftaucht. Ziegler geht gar nicht mit hoch. Da er jetzt doch ein paar Probleme bekommen in der 2. Hälfte. Und Philipp Schauder im Stile von Jens Lehmann, der das mal in der 1. Liga machte. Jetzt mit dem Keeper-Tor in der 2. Liga. Ziegler. Heute in seinem 100. Zweitligaspiel, in seinem Jubiläum. Nicht so ganz unwichtig dieses Tor. So. So, Pauli kommt nochmal. Mit Chi. T다n. Dr's. Wasartlor. Bemubewa. Untertitelung des ZDF, 2020